31. Spieltag in der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga. Rose Bamberg gewinnt mit 88 zu 71 gegen Alba Berlin. Schönen guten Abend an diesem Ostersonntag zur offiziellen Pressekonferenz nach diesem Spiel. Zu meiner Rechten, wie Sie es gewohnt sind, der Head Coach der Gäste, Armin Scharke. Zu meiner Linken, Andrea Trinkieri, das erste Wort, das hat der Gäste-Trainer. Herr Scharke, deine Stimme zu dem Spiel bitte. Hallo, alle. Heute spielen wir gegen ein sehr guter Team und ein gut vorbereitetes Team. Wir wissen das, bevor wir hierher kamen. Das ist, warum wir unser Bestes machen. Wir wissen, dass sie ein guter Defensiv-Team sind. Sie lassen sich nicht leicht zu scoren. Sie lassen sich nur 68 Punkte zu scoren. Wenn Sie ein guter Spiel spielen wollen, wenn Sie ein guter Spiel spielen wollen, Sie versuchen, ein guter Punkt zu finden. Das ist das, was wir glauben. Das ist, warum wir versuchen, ein physischer Spiel zu spielen. Wir versuchen, sie zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden. Denn in der 5-5-5, sie spielen eine sehr gute Team-Defensiv-Team. Wir haben nur zwei Punkte zu machen. In der 5-5-5, sie spielen eine sehr gute Defensiv-Team. Das ist, warum wir nur 30 Punkte haben. In der 2.5, am Anfang der Quartezeit, wir haben besser aufsensiv-Team, Aber in der Zeit, wir haben ein guter Job gemacht. Unsere Plan war, um etwas zu verändern. Weil Bamberg ist ein guter Team. Sie können einfach nur eine Defensive spielen. Aber wir konnten nicht einen Erfolg haben. Sie haben eine gute Offensive-Readung, eine Team-Offensive. Sie spielen eine sehr gute Spiel und haben die Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für sie. Ich glaube, wir haben versucht. Wir haben unsere Grenzen. Wir konnten weniger Fehler machen. Aber heute war es nicht genug. Wir haben die Spiel gegen 17. Danke, Coach. Andrea, deine Stellung. Okay, first of all, Freude Ostern. Wir haben eine solidere Spiel. Wir sind gut hier in Berlin. Wir waren sehr gut in der Tafel. Wir waren sehr gut in der Tafel. Wir haben nur 34 Prozent Schütteln. Wir hatten nur 34 Prozent von Schütteln. Ich glaube, wir hatten ein Problem, Problems, not some sloppy defense against Robinson, that was kind of the only thing we didn't play well on defense. But I believe we control the game, we play team offense, we share the ball, we had open shots. And as I told you, we are improving. Now we will rest the team for three days and then we will put together like a minicamp to be ready for the playoffs. This is the only thing now that we have to do. And I believe we played solid, consistent team game, offense and defense. Thank you. Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ihm nicht der Fall ist, danke schön. Thank you. Safe for back. Danke, Coach. Weiter geht's für Brose Bamberg in nahezu zwei Wochen, 29. April, dann Heimspiel 18 Uhr gegen Bremerhaven. Ihnen jetzt noch einen schönen Ostersonntag, schönen Ostermontag. Bis in zwei Wochen. Ciao, servus. Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories.